Hallöchen zusammen, ja, heute entfallen leider sämtliche Folgen auf dem Kanal, weil ich total im Eimer bin, weil ich die letzten acht Stunden im Krankenhaus verbracht habe. Ich hatte Verdacht auf Leistenbruch und ja, deswegen wurde ich da einmal komplett durchgecheckt. Ist aber alles okay, war kein Leistenbruch, war irgendwas anderes, keine Ahnung, aber deswegen hatte ich keine Zeit mehr Videos zu machen, die No Line Hour und Banished. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall komplett im Sack und gehe jetzt schlafen und dann sehen wir uns morgen wieder in aller Frische. Bis dahin, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, euer No Line GEMA. Ciao, ciao.